Hey, ja, hier Sternschnuppe. Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung der Worldtour, wo wir beim letzten Mal uns Nasir gut eingeführt haben mit einer weiteren erfolgreichen Crashkreuzung, denn es gab wieder die Goldmedaille, weswegen wir weitermachen können im Rahmen der Crashserie. Und zwar geht es um Steel Storm, denn Metallsturm wird entfesselt, deswegen auch wieder so total nach Tsunami. Aber ist halt so, wir müssen noch ordentlich für Zerstügung sorgen, vermute ich mal. Und wir fahren daher mit diesem Auto hier, ein bisschen durch diesen Booster, dann haben wir dort drei Boni und diverse Sprungschanzen dahinter und dann ein Crashfreak in der Luft, den wir mal holen. Ich glaube, der macht wahrscheinlich schon was Gutes, denke ich. Und zwar glaube ich auch, dass es hier Bedingungen gibt, und zwar 100.000 Crashdoller für Bronze. Ja, sechsstellig ist schon eine Ansage. Relativiert sich allerdings ziemlich schnell, dann für Silber eine Viertelmillion Crashdoller und für Gold eine halbe Million Crashdoller ist da jetzt nicht so besonders. Dazu haben wir auch einen Crashbreaker, der aktivierbar ab zwölf Totalschäden. Ja, da sind die Werte, die nur eine Seite der Medaille sind, die andere Seite ist natürlich, diese auch zu erreichen. Die Werte, weil das natürlich ein Ziel sein muss, das ist natürlich die Hauptsache. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt. Los geht's. So, ab die Post. Jawohl. Voll erwischt. So, dann sind wir irgendwo ganz unten gelandet. So. Ja, robben wir alles weg. Alles rein da. Haben wir alle erwischt, denke ich mal. 782.000. Da bringen wir nochmal 95.000 noch dazu. Das reicht für 507.000. Dann haben wir Gold gewonnen. Und die nächste Goldbedaille, die uns verdient, die war gar nicht so einfach, muss man sagen. Weil da musste ganz gut passen, aber haben es geschafft. So, jetzt im Endeffekt, ich hätte einen neuen Rekord. Ja, haben wieder eine Goldbedaille verdient. Das ist gut so. Deswegen, hoffe ich, dass ihr euch Spaß daran hattet. Hier bei VR mit 39,5 Millionen. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertung, an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt, auf Twitter und auf Facebook, bei der Stadt zu bleiben. Ihr könnt beitreten, die Discord server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt. Es gibt noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.